Also wie viel müsste ich dir abgeben, wenn ich ein 2,7 Millionen Deal mache? Bei einer Million nehme ich 1,2 Millionen, nehme ich 50.000, das heißt, und dann immer ein Prozent, das heißt, das sind dann noch anderthalb Millionen, das sind dann 15.000, das heißt 65.000. Ein 2,7 Millionen Deal kostet bei mir 65.000. Jetzt sagt mir mal, dass ich immer noch zu teuer bin, entschuldige mal. Ein 2,7 Millionen Deal, 65.000 als Versicherung, das man nicht gescanpt wird. Wie viel müsstest du daran eigentlich geben? Also wie viel müsste er dir geben? Na, 2,7 Millionen, 2.765.000, übergib daran nicht und ich gebe 2,7 Millionen weiter. Ja, ja, aber wie viel müsste er dir wegen 10% geben? 65.000, das habe ich ungefähr gerade siebenmal gesagt. Hörst du mir gar nicht zu? Ja, sorry, Alter. Du weißt, dass du jetzt in einem neuen Highlight-Video von mir drin bist? Ja, geil! Ich habe nämlich eine Kategorie, so hört mir keiner zu oder so ähnlich, weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie die Playliste heißt, so selten benutze ich nicht. Oh, nee, das ist nicht. Ja, ja, doch, da bist du jetzt. Da bist du auf jeden Fall jetzt das neue Highlight-Video. Also ich habe jetzt schon zwei Highlight-Videos. Einmal ein Middleman-Video. Da bist du drin. Und dann das, ähm, keiner hört mir zu. Och, Mann! Weitere Rede, kannst du mal...